Wir sind wieder zurück bei The Walking Dead. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir machen gleich mal weiter. In der letzten Folge haben wir Clementine die Haare geschnitten, haben mir ein paar Schießübungen gezeigt und wir gucken mal, wie es den anderen geht. Mit Ben können wir nicht viel reden, haben wir letztes Mal schon erfahren. Vielleicht können wir ja Clementine darüber reden, damit er sich mal ein bisschen die Sorgen wegsorgt mit dem Chuck. Hast du irgendwelche Karten? Haben wir schon gefragt, hättest du einen Schluck vertragen? Das glaube ich auch. Okay, wir nehmen jetzt mal die Karten und gehen zurück zu Clementine. Jo, wir gehen zurück zu Clementine und schauen mal mit ihr die Karten durch. What the fuck? Alter, seriously? Ich könnte dich umbringen. Mann, Ben, warum hast du das getan? What the fuck? Why the hell would you do this? They said they had my friend, that he was with them. By the time I realized they didn't, it was too late. They said they'd kill me. Kill all of us. I'm sorry, Lee. Alter, echt scheiße gebaut, man. You still want to talk to me? Komm, eine Wahl. Was machst du hier draußen? Ich, äh, könnte ich nicht mehr zurückkommen. Ich brauchte ein bisschen Luft. Naja, was anderes? Ich dachte, ich habe mit Kenny zu sprechen. Ja, mach das. Ich glaube nicht. Na doch. Nein, du sollst... Der soll es auf jeden Fall Kenny sagen, ey. Der baut Scheiße und dann will er es keinem sagen, ey. Meine Fresse. Gut, äh, wir reden mit Clementine um die Karten. Hey, Clem. Hi. Ich will über Savannah sprechen. Ich auch. Und was wir tun, wenn wir da kommen, wir wissen nicht, was zu erwarten. Die Stadt könnte schlecht sein oder völlig unter Kontrolle. Oh, the thing is, you and I, we're a team, you know? And a team needs a plan. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. A plan. I like it. Heh, good. Wir müssen deine Eltern suchen. Wir müssen helfen, ein Boot zu finden. We need to help find a boat. It's our best bet at safety. Okay. But we'll be in Savannah. And my parents were in Savannah. I know. Look. No, I don't care about safety. I care about finding them. Wir müssen nach vorne blicken. Aber dann suchen wir noch einen. Ja, dann. Okay. Wir suchen sie. Really? Ja, natürlich. Ich bin sorry. Let's look at the map. If we can figure out, where they were, we can start there. Okay, let's. Looks like we'll come right through town, if there's nothing on the tracks to hold us up. We're gonna want to look for a boat. Here. I imagine. And from there, we've got all the savannah to the southwest of us. And we've got a good chunk of savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. It's, uh... Hmm. Hey, don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. A lot of hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the... M... M... Something... Marr. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it! So we'll head there. Yes! You think we have a good plan? I think it's very good. Can I... Tell my parents? You know... Was denn? Was denn? Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber... Na sicher, mach nur! Oh yeah! Was ist los? Unerwartete Verspätung? Das gefällt mir nicht. Scheiße. Fuck, 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 fuck! Maybe we could walk? That's fucking stupid, Ben. I'm just saying... Er soll einfach mal in die Fresse halten, er weiß gar nichts. Oh no. I ain't got much experience with y'all's Fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself. This is a crew here. This ain't shit. This... Yo! You keep screaming like that, you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. Nein, wir sind freundlich gesinnt. Kann sein. No, we're friendly! Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah. You're standing right in front of him. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Look, anything goes sideways up there. We won't let them escape. Nein. Das... Aber ich glaub, die sind schon ganz nett. Ähm, was ich auch noch sagen muss, ist... Clementine macht sich ja immer... Mut damit, dass sie... Sie macht sich ja immer Mut, dass sie ihre Eltern findet, weil... Das ist das, was wir brauchen. Sie sind, was du denkst, was wir brauchen. Wir tun gut. Für jetzt? Was ist das, wenn... Stopp. Weil sie das einzige Kind ist und noch das einzige Mädchen. Krista, was ist das Problem mit dem Train? Wir fahren ihn. Oh Mann! Ihr könnt, äh, ihr könnt gute Leute gebrauchen. Es war ein schlechter Tag. Hey, ich werde nicht zu schrauben. Unsere Gruppe ist jetzt ein bisschen schraubt. Wir hatten eine Beutungskritte, dann seine Mutter hat ihr Leben und... Bevor das, einfach... Es ist okay. Oh, shit! Goddamn, ihr habt ein Kind! Was machst du hier? Du kennst, wie lange es ist, seit ich gesehen habe, ein Kind? Shit! Was ist dein Name? Clementine. Oh, so er bekommt es zu schrauben. Oh, das ist großartig! See? Things are looking up. Du bist nicht ihr Vater. Er ist da da? Es ist das Objekt? Für mich? Und nein, er ist da da da. Hm. Was ist deine Geschichte? Ich fahre auf den Weg in den Knast. Wir sind zusammen. Das wird alles anfangen. Ich kam durch Clementine allein. Am ersten Tag, als das alles passiert. Wir sind zusammen. Und alle da unten. Sie sind cool. Kenny hat Frauen und Kinder verloren. Kenny hat seine Wäsche und Kind verloren. Mann, wie lange vor? Welcher Zeit ist es? Ich weiß nicht, vier? Vielleicht zwei Stunden vor. Gott sei Dank. Wir sind sorry für etwas, was mit euch passiert ist. Ein Train ist großartig. Ein Tank ist dein echtes Problem. Wir helfen dir mit dem. Aber wenn wir etwas sehen, das wir nicht mögen, gehen wir weiter nach dem Weg. Allein. Wir würden die Hilfe veröffentlichen. Wir können nicht nur durch die Hilfe fließen, glaube ich. Wenn du es unterhalten kannst, das Rest wäre wahrscheinlich ziemlich leicht. Wir beginnen da. Wir kommen nach unten und setzen uns und sehen, ob wir helfen können. Okay. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ein Generator. Ich glaube, von Generatoren habe ich genug. Notwagen. Oh, scheiße. Einen Teser können wir vielleicht gebrauchen. Ja, genau. Das ist ungefähr das einzige sinnvolle Sache in hier. Jupp. Okidok. Was gibt es noch? Ein Auto. Ein Zettel, beides. Dann, äh, hier nichts mehr. Zeitung. Pylonen. Der Truck. Anhängerkupplung. Das Ding ist ein Mängel zu hell. Keine Erlösung. Keine Erlösung. Keine Erlösung. Keine Erlösung. Keine Erlösung, dass ich alles entfernt habe. Ne, wir müssen das irgendwie anders schaffen. Okay, wir reden nochmal mit den beiden. Ich muss euch deinen Leuten sagen, das Plan zu lassen, oder was? Ja, kommt mit. Ist ne gute Idee. Wir werden den Tanke los schneiden. Wir müssen nach vorne schauen. Ne, Kenny, du musst... Klingt großartig. Lass uns das Ding machen. Jo. Wir gehen mal zu Ken. Kenny. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Vielleicht was über die Leute auch. Oh, Meaty ist da drin, okay. Ah, okay, er zeigt ihm... Ich versuche es. Ich weiß noch nicht, was er macht. Ich weiß noch nicht, was er macht. Ich weiß noch nicht, was er macht. Ich zeige nicht, was er macht. Ich zeige nicht, was er macht, Jackass. Jackass. Ähm, lernst du, wie er es schafft? Leute, die Übersetzung, ne? Äh, wie habt ihr es soweit geschafft? Äh, wie habt ihr es soweit geschafft? Seit wann seid ihr von zu Hause weg? Wie lange seit ihr zu Hause seid? Like sechs Monate. Wir waren auf der Straße für ein bisschen und dann, you know... Das ist schwer. Unsere Katze wird verpustet. Ich spreche mit euch später. Oh, die Katze, ja. Das ist das größte Problem gerade, ja. Die Katze. So, wir reden mal nochmal mit den anderen. Mal gucken, was sie uns zu sagen haben. Danke. Was ist denn das? Petroleum. Okay. Oh, ja. Okay, wo... ...ist Jack... ...Clementarn. Sie redet ohne Wörter. Okay, dann reden wir nochmal mit Christa. Hey, da. Das ist eine ziemlich nutzvolle Radio, um sie zu halten, oder? Sie ist verpustet, aber es bedeutet etwas zu ihr. Oh, ich verstehe. Vorsicht, sie ist sehr treffsicher. Wo kommt ihr her? Wo sind Sie von? San Francisco. Gees, ein langer Weg von Hause. Ich schlussere denjenigen da. Er wollte den großen amerikanischen Rundtrip. Er hat ein bisschen mehr, als er bergert für, oder? Wer ist denn in der Civil War-Historie, außer den alten schwarzen Leute? Wunderbar. Ihr zwei werden wie schwarze Thieber. Äh, du hast erfahren, dass du mit sich für Geschichte der Südstaat interessiert, okay? Vorsicht, sie ist, äh, worüber habt ihr euch gestritten? Wie kam... ...worüber habt ihr euch gestritten? Oh, anders hinsetzen? Okay. Christa war nicht erfreut, dass sie ihr Angelegen eingemischt haben. Ja, sorry. Beide. Sie ist jetzt ein Krackschot. Hast du diese Mädchen, die Schäden schlägt? Schau, ich brauche keine Lektion. Du bekommst nicht eine. Das ist gut. Sie sollte sich selbst beantworten. Okay. Gut, dann, äh, stolpern wir mal da rüber. Ja, das sollten wir wirklich tun. Wir gehen da mal rüber. Ja. Kann ich dich da drüber folgen? Du magst nicht die neue Mädchen? Ich mag, aber es ist wie, dass wir ein Team sind. Wie du gesagt hast. Ja, okay. Komm schon. Clem and Zahn und ich sind diese Tränstelle, okay? Hustle über, wenn du nichts hörst. Okay. Okay. Weiße Farbe. Survivors Inside. Haben sich also Leute auch verschanzt. Okay. Und ob da noch wer drin ist, oder was uns da drin erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's es gut. See ya's. 六o Zeich halo. Ich nehme dir das alles. Ich nehme dich tra Hawaiian. Schon Enemy. ter Barnes�iny. Wenn ich liz.